Hallo und herzlich willkommen zurück bei Secret of Mana. Also ich bin hier schon richtig. Es tut mir wirklich leid. Ich stelle mich hier an wie der erste Mensch. Vielleicht sollte ich in den Titel meiner Videos reinschreiben Blind oder Kackbohnen oder irgend sowas. Ja, also hier, da oben geht es jetzt noch weiter. Rein theoretisch. Jetzt natürlich nicht. Scheiße. Wo ist denn das jetzt hin? Gib mir sie mal. Warte mal. Ah, da. Guck mal. Da haben wir nämlich jetzt Undine. Ja, die liegt jetzt da drüber, aber nur bei Popoi und Prim. Okay. Was für ein Theater. Das ist echt schwierig hier für mich. Mit diesem Ringmenü habe ich diverse Probleme. Und ich habe auch da diese Kurzbefehldinger wieder gefunden und habe für Popoi da jetzt schon was hingelegt. Und wir müssen hier rein. Also ich war schon ganz gut, ne? Ich war nicht total falsch. So. Und hier müssen wir jetzt irgendwas machen. Ja, so natürlich nicht. Aber. Nein, auch nicht. Nein, doch. Ja. Nein. Oh Gott, ey. Mach's weg. Mach's weg, bitte. Ich hätte gern Popoi. Die hat doch jetzt hier. Der habe ich das doch hingelegt. Aha. Stull Orb. Ah, seht ihr mal. Wui. Wui. Aha, aha, aha. Eis, 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 Baby. Eis, Eis, Baby. Dum, 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 dum. Eis, Eis, Baby. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Le Mana ist weg. Äh, Le Lava. Le Lava. Da haben wir jetzt hier schön Obsidian gemacht. Jetzt können wir hier rein. Okay. Ah, okay. Hier sind wir richtig. Würde ich behaupten. Was? Was? Goblin? Wer? Goblin Attentäter. Aha. Ah, ja. Sehr schön. Okay. Ich sollte vielleicht mal ein Bollerchen benutzen. Bevor ich hier jetzt noch tiefer reingehe. Ich habe übrigens nicht gespeichert. Risiko, ihr Lieben. Risiko. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, hier ist doch irgendwie ein Gang. Da ist ein Gang. Wie kommen wir denn dann? Oh, hallo. Ja, das war blöd. Wie verfehlt. Hier wird nichts verfehlt. Einhornkopf. Ja, macht es um, Kinders. Macht es um, bitte. Oh, Randy. Was ist denn los mit dir? What the hell? Du triffst ja gar nicht. Ah, jetzt aber. Bam. Müssen wir hier jetzt dann auch irgendwas mit Eis machen? Moment. Jetzt gucken wir es mal hier. Da geht es ja auch noch hin, oder? Moment. Der muss jetzt erst mal hier rum. Randy, du triffst nicht, du Holzbirne. Komm. Die Mädels zeigen dir hier, wie es geht, ne? Was ist das? Achso, der lebt noch. Ich dachte, das wäre jetzt eine extra Truhe. Oder irgendwas. Okay, alles klar. Ich sehe schon. Randy braucht mal ein Bollerchen. Ja, kein Ding. Können wir hier rein? Ah, wir können hier rein. Hallo? Hier von zu Hause. Flattermaus. Oh. Hier haben wir wieder Schleim. Schleim, die Schleim. Aha. Wir haben einen Schalter aktiviert. Okay. Können wir jetzt da rein? Nö. Dann gucken wir mal hier drüben. Ah, das ist auch noch was. Ekliger Schleim. Geh weg. Den Schleim, der verfehlt da irgendwie. Nein, nicht da hoch. Den Schleim, der verfehlt da irgendwie immer so ein bisschen, ne? Hallo, du olle Flatter. Dankeschön. Dankeschön, dein Bollerchen. So. Schalter aktiviert, aber jetzt. Ja, jetzt kann ich doch bestimmt. Jetzt kann ich doch. Oder? 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 Haha. Okay. Es geht weiter. Wer hätte das gedacht? Ich nicht, ihr Lieben. Was ist denn das hier für ein Trick? Grün, rot, grün, rot. Okay. Nein. Nicht da drauf. Holzbirne. Da drauf. Okay. Ich bin drin. Oh, da grunzt irgendwas. Äh. Hallo? Ach, guten Tag. Müssten wir mal gucken, wenn ich jetzt RB... Ach nee, jetzt ist er tot. Moment. Wenn ich doch jetzt RB mache, müsste Popoy da nicht von sich aus irgendwas hübsches, äh, eismäßiges tun? Mal gucken, wenn der nächste Gegner... Oh, ja. Dann holt sie... Ah. 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 Das geht, genau. Könnte ich mir da ja auch die Heilung hinlegen. Das werde ich eventuell sogar tun, wenn ich nämlich sehe, dass Prim... Ähm, können wir Prim mal haben? Prim schon wieder halb tot ist. Mal hier mal ein Schalter, oder was ist das hier? Ach nee, nee, nee. Das ist kein Schalter. Schalter, warte mal. Da brauchen wir jetzt mal das Primkind. Ja, nee, doch nicht? Doch nicht das Primkind? Doch. Wollte gerade sagen. Die kommt doch da rüber mit der Peitsche jetzt, ne? Aha. Tachchen. Okay, ich glaube, äh, ich nehme Randy. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit Randy gespielt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, sich hier auf einen anderen Charakter jetzt so schnell einzustellen. So, die haben Platsch gemacht. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, ich könnte schon wieder irgendwie einfach nur mal leveln gehen hier mit den beiden Damen. Oh, Prim, Stufe 14. Äh, weil Popoi ist schon wieder so, ne? Halb angegart. Oh, warte mal. Ähm. Goblinbacher, Goblinbacher. Oh, alle drei. Cool. Ja, mach mal. Oh, was bin ich jetzt? Ich bin gestunt, oder was? Oh, Mann. Okay. Alle tot. Ja, ich bin irgendwie verlangsamt. Alles klar. Kann weiter gehen. Äh, da steht doch einer hinter, oder? Na, klar steht da einer hinter. Der hat sich versteckt. Hier haben wir jetzt wieder so einen Kelch. Oh, Randy. Boboi. Alle aufgestiegen. Äh, es ist ja bombforsionös hier. Kann ich an dem komischen Kelch was machen? Weiß nicht. Geh mal hier durch. Oh, Dachchen. Guten Tag, junger Mann. So, warte mal hier. Warte mal hier. So, jetzt machen wir. Äh, nein. Ich hätte gerne nochmal alle. cool. Oh, cool. Sehr cool. Eingefroren. Präzisionsboost. Warum? Ausweichboost. Ey, ihr kriegt gleich Boost hier. Oh, jetzt trifft das Ding. Meine Frische, ey. Also, es geht doch. So, warte mal. Jetzt haben wir hier zwei... Ne, das ist keine Tür. Ist ja gut. Ist keine Tür. Aber hier ist die Tür. Nehmen wir die doch. Ich finde die Peitsche so cool. Aber ich glaube, es ist echt besser, wenn Randy hier mit dem Schwert weiterläuft. Der Altarraum. Okay. Oh, was ist cool denn? Warum nicht? Ne, mein Freund. Ich verschwinde jetzt nicht. Ich bin froh, dass ich hier bin. What a lot of hot air. Why don't you scram? Yeah, I'll teach you a lesson, little brother. Nimm das! Ihr beide habt euch ja lieb. Mein Gamepad vibriert. Plop weg. Schau, da ist etwas zurück. Da ist etwas. Ja, kann das mal aufhören zu vibrieren? Das macht mich ja ganz nervös, ey. Ich weiß, ich kann es... Oh, ne. Ich weiß, ich kann es ganz, ganz, ganz abschalten, das Vibrieren. Aber hey. Alter, what the fuck? Wo bin ich denn jetzt wieder hier in den Dungeon reingeraten? Ich kann es jetzt wieder in den Dungeon reingeraten. Keine Lava. Bitte nicht. Bitte keine Lava. Was ist denn der Typ? Ich mache mich ja rabbelig hier mit ihm. Da ist er. Halt er. Ich sollte natürlich vielleicht den Kerl auch ein bisschen angreifen mit Randy. Und Popoi... Ja, ja, sie steht in Slum. Das kann ich jetzt nicht halten, Kind. Dass du in Slum stehst. Da musst du dir gerade mal selber helfen, bitte. Alter. Jetzt bin ich hier wieder in den Dungeon geraten. Ne? Aus dem ich vermutlich nicht rauskomme. Au, 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 okay. Okay, Freunde, ähm, du, Bollerchen. Äh, die Kleine. Arm Bollerchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das für ein Vetter? Das ist Feuer Gigas. Cool. Hi. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Dass ich hier schon so auf so einen Endbus hier treffe. Ja, freut euch mal, ne? Habt auch recht. Bravo. Ole, ole. Ich würde jetzt sehr gerne speichern. Axtorp. Aha. Aha, aha, aha. Okay. So, und nun geht es hier weiter. Alles klar. Hey. Was haben wir denn hier alles Feines? Ach, guck mal, er wieder. Na du? Na du? Ach, Popoi. Ich lasse meinen Randy auf dich los. Ja, genau, Popoi jetzt. Na, übertrat mal nicht. Die Angetraute da? Ich habe jetzt die Kraft, mich zu rufen. Aha. Aha. Des Gnomes magische Kräfte erhalten. Also, was jetzt aber, da ist der Mana-Samen, okay. Jetzt habe ich auch noch Gnomenkräfte. Ich komme ja mit den Kräften von Undine noch nicht mal richtig klar hier. Oh Mann. Oh Mann. Das kann ja ein Spaß werden hier. So, der Mana-Samen und das Mana-Schwert resonieren im Einklang miteinander. Ist ja fein. Ja, Popoi, was ist denn los? Popoi? Was ist mit deinem Kopf? Was hast du denn jetzt gemacht? Eingeschlafen. Ja, wir waren auch noch nicht im Bett, ne? Ich habe nicht gespeichert. Ja, ist müde. Gib mir einen Freude. Hey, nicht Annen in deinen Händen. Während ich schlafen war, kam mein Vergangenheit zurück zu mir. Ich lebte in der Forreste und in der Oberlande. Also, es ist entschieden. Das ist, wo wir gehen müssen. In die Oberlande. Aha. Ich lasse dich mit mir, bis wir zurück zu meinem Haus kommen. Du bist willkommen. Ja, sehr schön. Wir müssen in die Oberlande, sagt sie. Und wie kommen wir da hin? Könnte mir das mal bitte jemand verraten? Ich komme ja hier noch nicht zurecht. Oh Gott, oh Gott. Die Oberlande. Jo. Hm. Ja, schätzungsweise jetzt erstmal hier raus aus dem ollen Tempel, ne? Nehme ich an. War hier eigentlich auch was? Nein, nein, nein. Hier ist kein Schwein. Alle Gegner weg. Haben Schiss von mir, weil ich jetzt unkaputtbar bin. So, das war jetzt der Tempel bei den Zwergen. Wir haben den Tempel beim Wasser. Das heißt, wir haben zwei. Äh, hier bin ich. Bin ich hier irgendwie. Hä? Hä? Moment mal. Kannst du hier mal... Nee, kannst du hier nicht? Bin ich nicht hier hingekommen. Bin verwirrt. Achso. Von hier. Ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ich schaff das schon noch. So, alles klar. Jetzt sind wir wieder hier. Ach du lieber Gott. Herr Schaffts, sei doch noch einmal. Gibt's denn hier nicht einfach mal irgendwie jetzt eine Abkürzung für den Helden? Jetzt müssen wir hier wirklich durch die ganze Bude wieder raus. Äh, ähm. Ja. Ja, ja. Ja, ich glaube... Das könnte passen. Ah. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay, aber... Wie komme ich denn jetzt zu den komischen Oberlanden? Wir halten die Kraft von Undine. Haha, sehr witzig. Warum ist das nicht aktualisiert? Verdammte Axt. Ich hab's keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ah. Ja, ja, ich hör dich. Gemma hat noch nicht zurückgekehrt von Pandora yet. Something must have happened. Okay. Ja, gar nicht bestimmt, aber ich dachte, wir gehen in die Oberlande. Nein? Das ist ja. Luke ist richtig. Okay, die Ruinen von Pandora. Okay, die Ruinen von Pandora. Ich hab ja hier meine Karte. Äh, die mir jetzt grad irgendwie auch nicht hilft. Also Upperland ist irgendwie da oben. Und die Ruinen von Pandora. Naja, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie nach Pandora. Wo auch immer das jetzt wieder war. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Aber ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Es war doch relativ erfolgreich, muss ich ja mal sagen. Gilbrim? Ja, ja. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Eure Trin. Eure Trin.